Das musste noch einmal gesagt werden. Sun Ra, den Katharina Frank live gesehen hat im KT. Und jetzt steht sie da schon mit ihrer Gitarre und tut uns die Freude. Ich finde, wir sollten das nochmal ganz herzlich beklatschen, den Welthit Blueprint zu singen. Katharina Frank! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Danke sehr, vielen Dank.